Willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Castlevania. In der letzten Aufnahmesession mussten wir sozusagen durch unterirdische Höhlen mit Wasserwesen, die einem Leviathan ähnelten, irgendwie da durchkommen. Das hieß, wie Jesus über Wasser laufen. Ähm, dann sind wir jetzt hier gelandet und müssen jetzt Blutrunen sammeln. Eine haben wir schon und fehlen noch zwei. Und ich würde mal sagen, wir gehen geradeaus weiter. Ja, wie Sibu als Mensch war. Oh nein. Oh Gott, wie war das nochmal mit ihr? Stimmt ja, mit ihr mussten wir ja auch mal kämpfen. Die Erinnerungen kommen wieder. Und das ist unerfreulich. Oh. Ah, ah, lalala. Ja. Ach, mir bringt das nicht viel. Ah, komm schon. Okay, ich hab Blut saugen können. Schnapp ihn dir und beiß ihn und saug ihn aus. Noch wäre er nicht noch hart. Ja, super. Ihr seid echt lästig. Das muss man ja mal sagen. Und hier saugen im den Splut aus. Ja, ich hab das ehrlich gesagt. Ja, ich hab's geflogen. Ja, ich hab's. Ach, dafür... Ach, du Schande. Alles klar. Und ich bin zu dumm und... Ich werde auch mehr ausweichen, habe ich das Gefühl. Toll. Alter, ich will aussaugen. Die stirbt ja gleich. Saug, 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 saug. Schöne saugen. Laura, schön saugen. Na? Ja, ich konzentriere mich ja auch. Ich darf ja... Keine Fehler machen. Komm, komm, komm. Und weitersaugen, weitersaugen, weitersaugen und... Ah, sie saugt Blut. Num, 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 num. Mal sehen, ob es jetzt reicht. Wie sich das anhört. Sehr schön. Ich gucke, ob es hier irgendwie was gibt zum Aufsammeln. Aber ich denke... Beide nicht. Oh Gott. Ganz ehrlich, gegen euch muss ich doch nicht mehr kämpfen. Tschüss. Sehr schön gemacht. Das ging relativ flott. Schneller als das andere. Okay, einen haben wir noch. Keine Ahnung. Jetzt ist er dran. Oh nein. Hi. Das ist echt unerfreulich. Alles klar. Ach nee. Nicht sowas schon wieder. Ich so... Natürliche Rätsel. Warum wundere ich mich noch? Gegen Ende so richtig schön noch die Rätsel ins Gesicht klatschen. Ja, danke. Ach, ja. Die Bruderschaft gab mir eine Karte der Gründergemächer, auf der sogar die Standorte der drei Blutsphären eingezeichnet waren. Doch ihre Hilfe hat sich als nutzlos erwiesen, denn die dunklen Fürsten haben diesen Ort umgestaltet und die Sphären mit tödlichen Fallen und Mechanismen geschützt. Dieses Gebiet hier wurde, nachdem der Nekromantenfürst es modifizierte, zu einem verwirrenden Labyrinth aus portalen und beweglichen Plattformen. Ich nehme an, dass dieser Monolith als eine Art Schüssel fungiert und man mit seiner Hilfe Zugang zur Super-Explos-Sphäre erlangen kann. Nett! Okay, und den muss man jetzt da in der Mitte kriegen. Sollte eigentlich nicht schwer sein. Okay. Ah, na, guck mal einen an. Kann ich selber durch diese Portale? Nein. Alter! So rum. Lasst mich gucken. Geht nicht weiter. Schade. Aber man kann rüberspringen. Das ist schön. Oh, gute Güte. Ähm. Oh. Halt. Alles klar. Ähm. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Wenn ich das runterschiebe, ist es da angedockt. Halt. Ah. Eine Grübelei. Ich weiß nämlich auch nicht, ob der hier halten würde. Baby, bitte. Ich will nur was gucken. Ich will nur was gucken. Falsche Richtung. Okay. Das klappt schon einmal nicht. Kann ich die Plattform bewegen? Okay. Die scheinen fest zu sein. Die ist fest. Ist doch einmal hier rüber, bitte. Arsau. Arsau. Das muss bleiben. Als du dann wieder zurück? Irgendwie muss es ja jetzt durch das Blaue kommen. Aber hier fehlt eine Plattform. Ich kann es mal versuchen. Nein, falsche Richtung. Oh. Ahaha. Runterfallen solltest du aber nicht, Gariel. Ich kann die aber auch nur in eine Richtung. Mh. Manu. Ah, Gott. Bin ich eigentlich blöd? Nee. Nee, ich bin nicht blöd. Kann ich irgendwie alles nochmal auf Reset machen? Halt. Toll, da hinten ist noch so knopfig. Als Nee, das kann nicht knicken. Jetzt muss so was mit der Plattform hier zu tun haben. Wo mussavant kommen auch von oder 都是 das funktioniert geht auch 다시 ちょっと Kann sie bitte noch mal reden? Ach, bin ich ratlos. Halt. Okay. Okay, mit etwas schweren, das heißt, es war an sich schon richtig. Ass.